Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gleich ist dein Akku leer. Hier hast du sowieso keinen Empfang. Wir sind da. Wir gehen nach unten. Es ist so still hier draußen. Gib dem Ganzen eine Chance, Jess. Du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe heute etwas gesehen. Ich kann verstehen, dass man sich hier draußen fürchtet. Mom? Ich bin gerade. Es ist etwas in unserem Haus! Etwas tut! Wir gehen davon aus, dass das wieder ein falscher Alarm war. Gibt es einen Grund, wieso sie sich verletzen und Aufmerksamkeit auf sich ziehen will? Mom, bitte glaub mir doch, ich denke mir nichts aus! Jess, bitte. Hör auf damit. Kannst du die Familie, die dort vorher gelebt hat? Sie waren auf einmal verschwunden, vor etwa fünf, sechs Jahren. Ich wünschte, du könntest sagen, was du gesehen hast. Wo sind sie, Ben? Mary, komm her! Ich glaub nicht, dass diese Familie verschwunden ist. Ich hab sie gesehen. Hed, ich hab große Angst. Können wir nicht zurück nach Hause? Das hier ist unser Zuhause. Was siehst du? Wie sieht das aus? Ben? Ist alles in Ordnung? The Messengers Hey, Benny! Demnächst im Kino Du bist ja nächster Chapeu ... D